d d d d d d d d d nein das ist es nicht aber das sind doch genau die zeichen hier ja sind acht zeichen hm das muss ich mal ganz kurz überlegen ja egal wie ich sehe wende das ist ein d das ist auch ein d und da kommt ein a mit der sicht weise das ich so hinguckt hat auch nichts zu tun die dm die hat die die d d d d d ok dann passe ich mal bei dem raum das erste ob es runter jetzt sind die nexus zurück und dann kommen wir mal von was können wir in der nexus noch hin das ist zum glück ein abgeschlossener raum und hier ist auch schon alles abgeschlossen also wir können zum heulenden wasserfall und da möchte ich ehrlich gesagt auch glaube ich hin gerade oder das war falsch das sind buchstaben die brauche ich noch nicht na komm wo haben sie sich versteckt da sind die beiden also ja genau da will ich hin also muss ich erstmal weiter nach oben kommen genau in den cluster raum nämlich so kann ich von hier aus schnell reisen gucken wir mal ja dahin wird es schnell reiseweg geben aber ich will zum wasserfall jetzt nur noch die frage wo ist der wasserfall das ist der falsche raum das ist der leuchtturm da will ich auch noch nicht hin ah der sprung war zu weit ist das der wasserfall nein das ist die fliegende stadt das ist der glockenturm den haben wir aber glaube ich schon abgeschlossen der glockenturm haben wir schon das ist der leuchtturm nein auch wenn wir da auch noch was haben da müsste hier genau hier ist der wasserfall es ist der weg da oben nein glockenturm bin ich jetzt da doof da oben äh platsch wollte ich nicht egal ach so runter können wir auch noch ach nee da komme ich ja her orientierung habe ich so von hier aus aber nein hier sollte nicht so ungeduldig sein genau hier rein gut ich weiß nicht ob ich die sequenz da oben schon gemacht hatte aber ich glaube die habe ich schon gemacht um den wasserfall zu öffnen überhaupt hier ist ein vogelkäfig hier ist eine eule das ist schon mal eine von vier viele sind 1 1 ist vieles und damit ist der wasserfall komplett das ist auch etwas was man nicht so leicht wissen konnte dass man mit den eulen sprechen kann so jetzt muss ich nur noch den ort da oben finden weil ich glaube das hier ouch ich glaube das hier war es nicht sterbe ich immer noch nein nein das war der ort nachher die dinge mal wieder hallo frosch oder mineneingang was glaube ich auch nicht hier nein springen wir einfach drüber was war hier drin ach so da war glaube ich der raum hier ups ach so da ist der eigengang jetzt habe ich dich gefunden ja da oben sind die beiden die ich suche ups so so es ist noch die frage welches ist das richtige le chcia ich brauche freyns welcher 1 2 3 4 5 6 7 8 19 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 21 24 20 28 30 31 32 33 34 35 zeichen und alle haben viel weniger aber ja gut ich sehe gerade auf den beiden seiten steht in dasselbe und auf den beiden seiten auch gut das müsste das sein und das müsste dann der rest sein genau okay es gibt im englischen was ich selber nicht gewusst habe einen satz der alle zeiten buchstaben des alphabets enthält und diesen satz seht ihr gerade vor uns sehen wir gerade vor uns oder seht ihr gerade vor euch eigentlich mit meinem deutsch und zwar ist der satz der quick brown fox jumps over the lazy dog also der schnelle braune fuchs springt über den faulen hund und dieser satz ist auch hier in der hieroglyphen schrift in den stein geritzt man muss das ganze natürlich wieder drehen wie auch die tetris bausteine um an das alphabet zu kommen also ist das zeichen da oben wo komm es jetzt gerade als erstes hinguckt wenn ich springe das erste zeichen das heißt das ist ein t das darunter ist da das h und das zeichen ist das e so das komische zeichen dann darunter ist das nächste wort ist ein q ein u und ein i dann ein c was sogar ein bisschen aussieht wie ein c und ein k da sehen q und k gleich aus oder habe ich ein knick in der optik naja mache ich bei die anderen buchstaben also der andere kringel da jetzt ganz oben in der mitte ist ein b dann dieses komische zeichen ist ein dann das o ist das verkehrt rum mit c das kleine häkchen ist ein w oder ist schon wieder also ich bin gerade verrutscht nee dann ist das hier ein in ist das ganze verkehrt rum also ja als sechs ist es ein t als neun ist es ein ha und so weiter gut jetzt fox als das zeichen für sehr verkehrt rum ist ein f dann haben wir wieder das o das ist nur die bestätigung und dieses komische zeichen da ganz unten ist ein x dann so jetzt dasselbe spielchen hier wieder so ein haken ist ein j u hatten wir schon mal das bestätigt es nur dass dieser kringel unten das u ist und ja ich bin doof ich müsste eigentlich auch das ganze ding drehen nachher aber da eh alle texte immer so auftauchen ist es wahrscheinlich so eh leichter so also das war das u das heißt das m kommt als nächstes das ist dieses dieser komische hut dann ein p und dann der komische hut gedreht ist ein s jetzt haben wir wieder das o zur bestätigung hier nach unten ist es dann ein ok v und u sehen gleich aus außer ich sehe was nicht ganz richtig hatten wir schon das ist zur bestätigung dass das das ist und er hatten wir auch schon das war ja wie soll ich es beschreiben dieses h mit dem zipfelchen dran so t hatten also da hatten wir schon war das ist dann diese die 6 diese kurse 6 diese 9 diese eckige und ja das er hatten wir sowieso schon ein paar mal so hatten wir schon mal nein das ist wieder dieses hahn und diesmal gedreht das ist wie ein f aussieht a ist das m verkehrt um also dieser umgedrehte hut z ist das e umgedreht hatten wir das nicht irgendwo schon mal also ja beim e ist halt die obere linie kürzer und die untere länge beim z ist es genau anders drum y ist dasselbe wie l nur umgedreht also so ein umgedrehtes f jetzt wird noch der dog das ist ein zipfel unten rechts o hatten wir ja schon ein paar mal und g g hatten wir glaube ich noch nicht das ist dasselbe wie es nur umgedreht also wieder der hut ja das ist unser alphabet dann wobei k und q das gleiche zu sein scheinen außer ich sehe was hier falsch also ja das da oben ist ein k und das unten wo jetzt gommes gerade steht ist ein q äh anders drum ist aber dasselbe symbol genauso wie das symbol für u und v weil u ist das äh dächle und v ist es leider auch also wo haben wir die das v denn ja hier haben wir ein u und hier daneben haben wir gleich ein v und die beiden sehen leider auch recht gleich aus ok gut damit hätten wir das auch gelöst ich gucke jetzt noch ob ich hier unten zu dem fragezeichen raum komme da können wir das nämlich gleich mal einsetzen wo führst du hin fast also es muss auf dem selben ding sein wie das hier ach da unten ja gut hier ist ein großer text und ich muss damit irgendwas dann anstellen und hier ist du das große liegst ok stehen auf allen textseiten nein es steht wieder zwei verschiedene sachen da also ich nehme an da wie hier reinkommen ich bin ziemlich vergesslich das wollte ich jetzt eigentlich nicht ich wollte nur sehen ah ja also ich habe irgendwie das gefühl dass hier das ganze alphabet drauf abgedruckt ist und ich denke mal wir müssen die blöcke dann in der richtigen reihenfolge je nachdem was hier oben für ein text steht zusammenbringen aber gut das mache ich dann erst in der nächsten folge wenn ich mir meinen college blog geschnappt habe und das aufschreiben kann also ja ärgerlich dass der anfang so missgeschickt war aber ich denke mal dass wir das hinkriegen irgendwie also bis zur nächsten aufnahmesession bye bye abonniere 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 Vielen Dank.